Also ich bin jetzt bei der Mauer, bei dem weißen Fett. Ich bin jetzt wieder bei meinem Haus. Wo ist denn deine Mauer entlanggezogen, Alter? Ey, wenn die in Richtung meines Hauses geht, ich reiß die ab. Bin ich aus. Was? Deine Mauer, wenn die einmal komplett durch die Mitte geht. Kannst du mir mal einen blasen. Dann kannst du mir einen blasen. Oh ja, gern. Das ist nicht der. Marco macht Mitte, da bitte. Also ich bin jetzt wieder bei deinem Haus. Bei dein Türmchen, oder was? Der Reichsverwalter macht das eh viel besser. Ich sehe auch deinen Namen von hier aus. Darf ich dich abschließen mit einem Pfeil, damit du weißt, wo ich bin? Ja, mach. Nein, glaube ich nicht. Das macht übelst Schaden, glaube ich. Ja, ich hätte es geblockt mit einem Bogen. Ja, siehst du. Bogen? Ähm, mit meinem... Tschüss. Ja, okay, dann haltest du, nimmst du wieder. Nein, nein. Hab ich überhaupt... Ah, ich hab's jetzt übergekommen. Ja, ich hab nicht mal Platz mit dem Wetter. Für was brauchst du so ein großes Nekterportal? Ach, jetzt hab ich jetzt noch Holz. Ich baue... Es kommt noch mehr. Hinter dir ist noch eins. Für was? So, siehst du dann. Das ist alles Dekoration. Hier kriegst du Mondblumen, wenn du am bist. Oh, sehr schön. Dafür bekommst du noch was hier. Und hier. Wie viele sind das? Und da und da und da. Das ist alles Müll, was ich nicht brauche. Ja gut, Weizen brauche ich auch nicht. Ich weiß. War Müll, wie gesagt. Müll. Auf 64 Nether Quartz? Ich bin Müll. Ich bin Müll. Ich hab 60, ne? Gerade auf der Hand. So, und jetzt laufe ich einfach nur quer zu mir rüber. Das ist halt ganz angenehm. Eins, zwei. Jetzt gehen wir uns heute zur X-Feuer zuerst. Wieso muss das schwarz sein, Alter? Ich kann nicht zählen. Ich weiß gar nicht, wo die Ziele wohnt. Ja, wenn du deine Mauer einfach so weiterziehst, dann bist du bei mir. Auf der Farm. Auf der Farm. Als hätte ich Langeweile und würde eine Mauer zu dir rüber bauen. Die baue ich an mein Grundstück, damit du da nicht draufkommst. Ja. Oh, Marco, dein Job, Marco. Aber das kommt echt. Oh, wir lieben alle. Das ist los. Wir lieben dich alle. Die hört uns, glaube ich, oder? Ja. Die Leute uns hören. Alter, wenn man es schon so anfängt, dann kann man was komisches los. Dann kann man was gucken. Guck, ob ich da nicht hochkomme. Seid ihr eigentlich wirklich schwul? Habt ihr Tipps für erst? Also, man kann es ja so machen, dass man das Ganze mit jemandem testet. Hauptsache, wir haben es nötig. Arme Mädchen, das ist nicht eigentlich viel einfacher. Ich feiere es bei dir. Ja, sowieso. Sie hat ernsthaft gefragt. Ja, wir dürfen jetzt nicht lächerlich machen. Aber wie macht das die heutige Jugend? Geht die heutige Jugend noch essen? Nee, oder? Also, ich hab Netflix und Chill gemacht. Das ist doch immer gut. Hauptsache, weißt du, was das Problem an der Frage ist? Wir sind alle Jungs. Ja. Nein, einen tiefen Ausschnitt. Und dann die Tippen so ein bisschen raushängen lassen. Und dann warst du schon. Sie will wissen, was wir machen wollen. Äh, Pandei. Also, wenn du keine hast, musst du auch stoppen. Am besten ist, jeder war eigentlich, wir alle mögen Mädchen, die Videospiele spielen. Ja, das ist schon mal schön. Ja, das ist schon mal schön. Das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. Du kannst doch nicht in Meinungen ein Date machen, Röke. Das wäre ja auch so. Ja, guck mal, das ist schon mal schön. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Ist das ein... Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Darauf kannst du aufbauen. Ja, aber ich denke, dass wir wissen, was man machen soll. Wenn man ein Date bauen soll. Und nicht in Meinungen. Das würde ich abraten. Wanderer, ist das eine Fernbeziehung? Nein. Ja, wie wär's mit klassisch ins Kino gehen oder so? Was heißt, naja? Was heißt, naja? Ja, naja, man kann ja... Ja, das ist ja keine Fernbeziehung. Da kann man ja mit dem Fahrrad hinfahren. Ey, ist echt so. Ja, wie wär's mit ins Kino gehen zum Beispiel? Ja. Das ist... Klassisch. Klassisch. Simpel. Oder was essen gehen. Ja, das wär auch noch klasse. Das ist Dörner-Laden-Ani-Ala. Alter. Babo-Sauce, Bruder. Babo-Sauce. Babo-Sauce. Genau. Die gute Babo-Sauce regelt. Oder du fragst den Jungen, ob er mit dir zu nem GameStop will oder sowas. GameStop? Alter, wo liegst du denn? Als ob ich das ernst meinen würde, meine Fresse. Ja, wie ist das? Ja, das ist überschwester. Das klang ganz schön überzeugend, ne? Also ich finde das interessant, dass grad die Leute, die wahrscheinlich noch nie ein Date haben, am lautesten schreien. Ja. Alter nicht. Alter nicht. Alter, ich würde ja jetzt sagen... Wie ruhig auf einmal wurde. Ich sag die Sachen nicht. Cringe. Ich sag mit Absicht solche Sachen. Ich hatte schon mit dem mit meiner Schwester. Eckehafter. Schwestern und Mütter zählen nicht. Oh, ha... Ja dann... Mit deiner Mutter an vielen Tagen denkst du. Schwestern und Mütter zählen nicht. Und mit Roberts Mutter auch, also... Ey Leute, hör mal bitte auf, immer Saarländer zu beleidigen hier. Ja, Saarländer? Matze, du hast doch grad ne Freundin. Ja? Was würdest du machen? Echt so, Matze? Komm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Panda auf jeden Fall. In Minecraft. In Minecraft. Wir sind da... Sie wollte in der Cobblestone fahren bauen. Und die hatte nen Lavabucket. Und ja. Und dann hab ich ihr... Ihren Holzblock über den Kopf gezogen. Und seitdem wohnt die bei mir im Haus. Im Keller. Aber... Die sollte man sich mit dem Weg behalten. Nicht verschle... Hätt ich jetzt gesagt. Ja, nicht verschle... Ernster sein, ne? Man merkt schon, wir sind alle Beziehungsexperten. Ja, also ich glaub... Ich hab da ganz gut Ahnung. Wir sind... Was würdest du freuen, ne? Wir sind alle professionell. Ja. Aber da... Milfhunter. Du kannst das ja nicht... Äh... Aber... Ins Restaurant gehen, was essen gehen. Das ist klassisch. Ja, aber Verhalten meintes jetzt. Da würde ich Robert recht gehen. Man einfach sich so verhalten, wie man ischt. Weil... Ja, keine Ahnung. Also da hinten ne Show... Also wenn man... Wenn man jetzt was Ernsthaftes haben will, da sollte man keine Show abziehen. Ja, genau. Wenn man jetzt sechs haben will, da kann man ruhig... Ja, ich glaub kann man... Da kannst du lügen... One Night Stand kann man ruhig mal so. Du bist Astronaut, wenn du nur sechs bist. Irgendwas krasses. Von Astronaut. Ja, aber Astronaut ist krass. Echt? Ist halt wirklich... Ich selbst wäre, wenn ich den Date hab. Ja, Bruder mit 16 Astro... Ja, heutz... Ja, geht da umso... Jetzt geht's los. Heutzutage ist das normal, Alter. Alter... Alter... Was wär umso krass aus, wenn man vor... Ich bin 16 Astronaut, Digga... Jeder kommt an und sagt... Alter... Wenn ich auf ein Date... Ich selbst wär ich... Wär nicht mal hingegangen. Aber auf jeden Fall müsst ihr den nackten Mann ausprobieren. Ja... Der muss sein dann. Nein, es kommt halt drauf an, was mag der Junge. Nein, er ist ja... Was ist ja auch anal oder... Brüste, Videospiele... Nein, es kann ja auch ein älterer Herr sein, ne? Genau! Die 80-Jährigen! Ja, ja, 19. Der mag... Da war er wahrscheinlich schon guter. Wie alt Panda... Wie viele Jahre... Panda wird 17. Panda wird 17. Nein, die ist noch 16. Ja, sorry, ist mir zufrieden. Also, ich... Puh! Ja, siehst du? Digga, hattest du jemals ein Date? Naja, ey... Alter, Buzaki kann die Folge... Beziehungstipps... Ja, Mann! Minecraft! Minecraft! Warte, 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 warte... Wer hätte nicht gern Tipps von jemandem, der sich Sachen in die Haarenröhre schiebt? Ja... Jeder normaler Mensch! Schieb ihm einfach Sachen in die Haarenröhre! Das kommt auf jeden Fall gut! Definitiv! Einfach direkt hingehen zum Restaurant, einfach rein damit, Alter! Rein mit dem Prügel! Rein mit dem Prügel! Ich hoffe, Wanda... Wanda, ich hoffe, du hast die Frage nicht ernst gemacht! Hä, doch! Doch! Na klar! Ja, warum nicht? Was ist da auch schlimm? So ein paar Tipps haben wir schon gegeben, aber halt auch ein bisschen gekichert ist doch auch gut! Es kommt halt drauf an, was der Junge mag! Ja, zocken soll... Ja, aber was mag! Nein, es sollte ja... Es sollte ja... Ja, zocken ist nicht ja beide, aber nicht... Ab, äh... Was? Kommt halt drauf an, ob sie das will, ne? Beim ersten Date! Beim ersten Date! Beim ersten Date! Ja, ja, Alter! Ja, darum geht's doch gar nicht! Darum geht's doch gar nicht! Scheißegal! Ja, aber es geht halt darum, ob du es willst! Nein! Ja, genau! Scheiß drauf, ob der Junge es will! Nein! Sie hat ja geschrieben, dass er es will! Also sie glaubt, er will es! Nein! Sie hat geschrieben, ich glaub, er will es nett! Ich glaub... Also ich... Ich weiß nicht, aber 19-Jähriger... ...möcht es glaube ich schon! War neu auf! Jeder will es hundertprozentig! Ich glaub, er denkt sich so... Anna, entjungfern! Los geht's! Ey, ich wollte grad sagen, Alter! Gerade, weil die Jungfrauen sind, will man's umso mehr! Na! Dass Sex nicht unterlegen! Wir haben doch hier genug Jungfrauen! Lass mal fragen in die Runde! Sechste zahlen! Nö! Sechste zahlen! Ja, dann frag mal! Wollen Jungfrauen... Jungfrauen... Wenn's passiert ist, ist es geil! Wenn's passiert ist, ist es geil! Wenn's passiert ist, ist es geil! Wenn's aber nicht passiert, ist auch gut! Richtig! Kann mir egal sein! Vorfreude fürs nächste Mal, ne? Das kann man so denken! Ja! Wenn's wirklich dann klappt! So weißt du, wenn ich euch richtig gut verstehe! Halt nicht überstürzen! Sowieso, bei... Bei... Zum Thema Freunde bin ich sowieso sehr pessimistisch, was das angeht! Was? Bist du ein Incent, oder wie? Äh... Nö! Ich mach mir einfach nicht viele Hoffnungen! Auf Freundinnen! Awww... Ich frage dir eine Rosse! Wer sagt, dass ihr zu euch geht! Der ist Dixi-Klo, Bruder! Der ist Dixi-Klo, Bruder! Du hast einen Dixi-Klo? Der ist Dixi-Klo, Bruder! Der ist Dixi-Klo, Bruder! Wenn du da Probleme hast, ne? Das ist Dixi-Klo, Bruder! Das ist Dixi-Klo! Der ist Dixi-Klo! Wenn du da Probleme hast, wir wollten bald nach Moskau fliegen! Hm! Moskau! Jung! Ich war schon selber in Moskauen, Alter! Nee, danke! Ja, da laufen die richtig geilen Wettbewerden! Hat er ein Auto? Darf ich mitfahren? Ja, wenn er 19 nicht kennt! Zug! Ja! Er hat einen Zug! Was? Der ist 19 und hat ein Auto? Er hat einen Zug, Alter! Er hat einen Zug, Alter! Bist der Schaffner? Er hat einen alten Finger, das wäre schön, wenn du holst eine Frau mit einem eigenen Zug auf! Das ist doch mal geil! Ich wollte gerade sagen, das wäre geil! Das wäre richtig geil, Mann! Ey, ich wäre geehrt, Alter! Das schien auch nicht für die Person, die man mag! Ist doch wohl! Ich würde durchsagen, extra so... Ich würde auf andere einsteigen, danke! Also, woher soll ich die Enderkiste haben? Ja, du hast eine Lohnroute bekommen! Junge, ich würde damit einen Brauchstand bauen! Ja, dann gebe ich dir noch eine Lohnroute! Bau eine Enderkiste, ey! Wie baue ich denn eine? Auf dem Zug, auf dem Dach! Auf dem Zug, auf dem Dach! Auf dem Zug, Alter! Ich habe nur zwei Obsidian, Alter! Aber ich glaube nicht, dass man beim ersten... Und vor allem beim ersten Detail-Rätsel-Tag ist immer gut! Ja, ich weiß nicht! Musst du auch natürlich annehmen, ne? Keine Frage! Junge, ich habe nur zwei Obsidian-Blöcke gerade! Ja, dort ist das Fabian! Aber Panda... Nur zur Sicherheit... Ne? Keine Kondome! Kondome! Ohne Kondome! Genau! Jetzt komme ich hier... Kennt ihr schon? Geschlechtskrankheiten! Nein! Nein! Glinz! Sexualkunde mit Marco! Ja! Oh nein! Man kann sich Sachen in die Haarenröhre schieben, manche Leute stehen da drauf! Einer ist bei uns hier dabei! Du musst nie damit aufhören, ne? Ne! Heute nicht, ne! Was ist das ein Tageslicht-Sensor? Das ist ganz geil! Ja! Kannst du... Ja! Kannst du Redstorm-Sachen mitreden? Also ich... Der geht nur, wenn es dunkel ist! Ich hab noch nicht mal das Rezept... ...sendet der Impulse aus! Ich hab noch nicht mal das Rezept... Wann soll ich ja mal fragen? Wenn er 19 ist, äh... Ist es sehr wahrscheinlich! Hä? Ja! Keine Jogginghose, Alter! Naja! Dicka! Es kommt doch ganz drauf an, dass er tritt... 30 cm! Wenn du auf eine ernsthafte... Wenn du auf eine ernsthafte Bitz... Wenn du auf eine ernsthafte Bitz, Junge, es ausschließt... Ja, wie groß ist der? 2 Meter, Junge! Dicka, heute sind... Heute sind Jogginghose doch schon voll normal! 1,90? Naja, aber... Ich trag gerade eine von Hugo Boss! Na gut, kommt doch an, wie eng die sind! Ich würde mal sagen, kommt doch an, wie eng die sind! Ja, genau! So eine ganz weite würde ich... So eine Baggy oder so würde ich jetzt nicht anziehen! Und so mit Leuten... Also... Eine Jogginghose geht doch immer! Ja, genau! Gucci, Gucci, Gucci! Gucci, 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 Gucci! Gucci, 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 Gucci! Also man sollte eher irgendwo rum was anziehen! Also, umrum sollte man eher was anziehen, was... wo man sich... Jogginghose! Heutzutage nicht! Marco, ganz eng die Jogginghose! Was für Kleid! Äh... Oh, Alter! Ich meine, sie... Ja, ja... Marco! Jogginghose! Nee, genau! Deswegen hast du keine Freundin! Jogahosen, Marco! Jogahosen! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da kommen welche Porn-Averinnerungen hoch! Ja, außer ihr geht tanzen! Dann wäre ein Kleid schon sinnvoll! Aber ich denke mal nicht, dass ihr tanzen... Jogginghose! Ja, ich glaub... Heutzutage geht man eher in Clubs oder so... Animes! Hu hu hu! Schwul! Voll der Weep! So ganz trocken! Schwul! Wenn du... Wenn du... Wenn in deiner Nähe eine Convention oder sowas mal stattfindet, kann doch da gehen! Ja, das wär sick! Das wär sick! Alter! Das... Das war mein Thema apropos, was ich... So... Sofern du selber daran interessiert bist, kannst sogar richtig... Äh... Ja, aber ich mein jetzt als Date ist es schon... Doch... Schon ein bisschen... Man hat ja gar keine Zeit für sich so... Also ich würde eher sagen... Na ja, so... Frühstück und äh... Ein bisschen lecky-lecky! Hehehehe! 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 Bei McDonalds? Alter, was ist das denn jetzt? Bei Mac is Allah! Frühstück bei Mac is... Was geht? Apfeltasche, Bruder? In die Harnröhe! Hehehehe! Aber noch heiß, ne? Ja, natürlich! Ja! Es muss ja auch schön brennen! Ja! Ja, dann geh du doch eben! Heiß und fettig! Heiß und fettig! Du bist nackt! Du bist nackt! Du bist nackt! Du bist nackt! Da klapperts kurz! Da wird er grad schnell! Da brennt's in der Hose! Und nicht wegen der Apfeltasche! Hehehehe! 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 Du hast ja gar nichts mehr irgendwie! Hehehehe! Das ist die... Ja, ich konzentrier mich beim Bauen! Hehehehe! Hehehehe! David, hast du denn keine... Wenn er so... Wenn er so den Part identiert, denkt er sich so... WTF, ey, worüber haben die geredet? Hehehehe! Ja! Hehehe! Ja, hey, man muss doch auch mal ernste Themen ansprechen, Bates! Ernste Themen! Viele Jugendliche wissen gar nicht mehr, wie das funktionieren soll! Ja, das ist gut, dass... Einfach... Einfach n Zettel schreiben... Es sind viele Leute... Ähm... Die aus irgendeinem Grund ne Freundin haben, aber ich versteh noch nicht mal, wie das überhaupt zustande kam! Bin ich jetzt... Jetzt mal ganz ehrlich! Äh... Man lernt sich... Schon ganz schön frauenfeindlich! Man gefällt sich gegenseitig, man lernt sich näher kennen und irgendwann denkt man sich... Und... Du hast ne geile Spritzpotze, da würdest du dann mal rein! Ja, bei, bei! Und dann? Naja, es gibt halt Personen, die ich so kenne, bei denen ich das halt einfach nicht nachvollziehe! Ja, ja! Ist gut, ja klar! Das gibt's überall! Wo man sich denkt, hä, das passt doch gar nicht, Alter! Also es kommt ja drauf an, ob der Junge schon irgendwie Sex hatte, ne? Hä? Nö! Ist doch juckig! Doch! Naja, weil dann ist er ein großer Fuckboy! Also ich hab meine Freundin das erste Mal in der Stadt getroffen... Und wir sind einfach Currywurst essen gegangen! Boah Currywurst geil! Ja, dann hab ich sie natürlich auf den Tisch vor allen Leuten geknallt! Oh ja, Mann! Ich hab auch nichts anderes erwartet! Mit der Currywurst, Mann! Mit der Currywurst, Mann! Ohohohoho! Doch so am Fressen wäre das... Oh, mehr Simpf! Mehr Simpf, mehr Simpf! Hä? Alter, aber keine Ahnung! Sonst geht mal... Gib mal was zusammen... Was... Frag Matze doch so... Ja, willst doch ganz was Mayonnaise! Mann! Nicht auf deinem Ort! Frisch von der Tube! Nein, und das zweite Mal waren wir glaube ich... In der Innenstadt, da haben wir ein Tablet gekauft... Achso! 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 Ja, sie hat das schon selber bezahlt! Achso! Sie hat mich als gut mit den Kurater mitgenommen! Zweites Geld! Naja, jedem das seine halt, ne? Ja, genau! Ja, wir haben das eben mal verbunden, sie musste was kaufen... Und das dritte Mal waren wir immer bei mir! Oh! Da ging's ab! Vorher in der dritten, ne? Schon? Ja, ja, das war die dritte! Dritte drei! Die dritte Freundin! Er hatte noch so zwei andere im Haus! Ja, aber klassische Dates werden glaube ich echt übel sein! Oh, wir haben doch hier junge Leute! Gehen Leute noch auf klassische Dates so! Nein, ich glaube nicht! Na! Also bei mir ist ein sehr hoher Jungfrauenanteil im Studiengang, also ich bin fasziniert! Kannst du so alle flachen? Naja! 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 Also ich knall nicht so gerne... Ich glaube, wenn wir die Jungfrauen machen wollen, dann brauchen wir ein zweites Woodstock! Hä? Gehen die nicht wie Woodstock, Alter? Doch, klar! Äh, ich brauche mal einen Flint! Wo ist Flint? Ich hab... Wer möchte denn der Sch... Müll, die er... Das ist ein cooler Name! ...die Müll enchanted ist? Möchte jemand? Was und was möchte ich? Wir wollen auf jeden Fall wissen, Panda, wie es ausgegangen ist, ne? Ja, das ist auf jeden Fall! Ja! Das ist der Reichsverwalter ganz traurig! Ja! Schwanger! Ich hoffe, wir konnten so Tipps geben! Und er kann vielleicht jemanden verheiraten nach 200 Jahren! Ey, wer dann schwanger ausgeht, Jung! Darf ich dich mit deinem Freund oder was, wo immer das sein? So, verheiraten in Minecraft! IHV Corona, Alter! Also, du kannst auch Robert einfach fragen! Äh, der... Da könnte auch in World of Warcraft eine Hochzeit machen! Ja, das würde wieder aufgehen! Äh... Für den Falle... Für den Falle Fälle, dass es zu der Handlung kommt, ne? Äh, sag, er soll vorher einen Test machen! Und was? Ein Test! Einen Test! Einen Test! Einen Test! Einen HIV-Test! Alter, wenn wir eine Perle sagen würden, mach mal einen HIV-Test! Alter, werde ich schnell weg dazu gucken! Bist du behindert oder so? Aber es wäre eigentlich schon sinnvoll! Bei dir gefangen hat sich der Syphilis zum Beispiel eingefangen, das Opfer! Ja, das... Das Opfer! Das kommt davon, wenn man mit irgendwelchen Drogenopfern fickt! Ja, genau! Da dachte ich mir auch so! Ey, Panda! Allianz oder Horde? Also, ich hab immer... Frag ihn doch! Also, Horde! Allianz, Alter! Alter, geh weg mit Horde! Ich spuck auf dein Gesicht, Alter! Oh, besser! Oder die beste Frage ist, Robert! Welches Volk magst du denn? Alter! Nachtelfen! Alter! Ja, aber es sind doch nicht weiblichen, ne? Nein! Nein, Pandasen. Geh weg mit Pandasen, ey. Was? Möchtest du nicht mit einem Panda-Sex haben? Wer möchte das auch? Ich sieg zu haarig. Ich als Ziege möchte sogar sein. Du möchtest verkrüppelte Pandas durch? Für Ziege würde am besten Tau so passen. Für Ziege würde am besten Tau so passen. Aber das Abbrennen vom Haus funktioniert eigentlich ganz gut. Das glaub ich nicht. Ich könnte jetzt wieder alle anpissen. Soll ich alle anpissen? Ja, mach doch, ja. Okay, Burak, hier ist es 11 Uhr. Achso. Hat jemand eigentlich Bock, so eine coole Kammer nachzubauen? Wie Jeffy. Wie Kammer des Schreckens, genau. Machst du die Gaskammer? Was cool ist und sie sagt Gaskammer. Ja, ich hab aber auch Gaskammer gedacht. Was wir vielleicht mal machen können, ist einfach mal ein Raum. Ich glaube, der Freund wäre... Ist der Freund Ausländer? Wichtige Frage, ist der Freund Ausländer? Was für ein Alter? Bevor wir da waren, ne? Da hat Burak hier auch zum Beispiel einen Platz, wo man sich am Ende überall gekocht hat. Ich wollte gerade sagen. Und dann für ein thumbnail gepostet hat. Ist der so ein richtiger Alman-Deutscher? Oh nein. Burak, du müsstest mal am Ende einer Session arrangieren, dass wir alle für ein Thumbnail pensieren. Ist der nachweisbar arisch, wo ist dein Arme ausweißen? Ja, würde ich auch mal sehen, du. Marco, das erinnert mich an das Bild, was du mir mal geschickt hast mit Mr. Krabs. Kann man eigentlich da durchschießen mit dem Alman da? Spüren sie's, Mr. Krabs? Das ist gut, das ist gut. Zapperlott nochmal! Spüren sie's, Mr. Krabs? Spüren sie's, Mr. Krabs? Warte mal, das müsste doch irgendwo hier sein. Alter, 306 Medien haben wir uns geschickt. Ja, ich schick dir auf die ganze Zeit witzige Sachen und du mir Ugandan Knuckles. Alter, normal! Er schickt dir nachts hinzu. Alter, wir brauchen fucking Druckplatte. Zwar holz nebeneinander. Was? Zwar holz nebeneinander. Er hat zwei Stein-Druckplatten nebeneinander. Ja, ich hab gesehen, man braucht den anderen Stein. Oh, ich hab den Weg ein bisschen abgerissen von dir. Ich will noch schnell die Druckplatte da zu Ende fertig craften. Er ist ja noch nicht vom Server, alles gut. Alter, was für uns für scheiße geht's da, ne? Das wird erst kritisch, wenn er das im Server ist. Oh, Enderman, bepisst dich, du kleiner wigs Kopf. Nächste Woche machen wir ne Farm-Folge, weil ich muss ein bisschen terraformen. Ja, und Panda konnten wir dir jetzt helfen. Ah, warte mal. Man könnte auch Sandstein bauen, das ist wirklich geil. Wenn du eine realistische Date-Vorschläge haben willst, musst du auf mich hören, weil ich glaub, die anderen, äh, bastubieren immer noch. Voll ab hat das Thema gerade, oder? Du weißt gar nicht, was gut ist, ey! Du weißt gar nicht, was gut ist! Hat Boraki nicht auch eine? Hast du nicht auch eine? Ich hatte eine, ja. Ah, na klar. Wer von euch hat's verkackt? Das ist cringe. Wenn man nett ist, sagt man jetzt... Das frag ich mich bis heute noch. Danke, Panda! Das ist richtig so. Ja, das stimmt. Ich darf doch wichsen, wann ich will, Mann. Natürlich, Alter! Das kann man immer! Nein, nicht vor 8! Aber Matze lebt, Ding, wie nennt man's, äh, im Zölibat. Erst nach der Ehe. Erst nach der Ehe wird irgendwas gemacht. Oh, kein Schatzgürtel. Jawohl, aber 3! Gürtel vor allem! Letztes hab ich versucht, seinen Schwanz zu lutschen und plötzlich... ... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, jetzt mach ich... Oh, zum Glück hab ich Redstone bei mir. Standby! Aber was auch lustig wär, Wege aus Redstone-Blöcken. Also aus dem... Wie willst du reagieren? Wie willst du reagieren? Ziege, hilf mir mal mit den... Auch wenn du da draufläufst? Ja, wenn wir da draufläufst, dann leuchten. Das wär geil. Ich hab, glaub ich, sogar welche da. Hast du so'n Disco-Weg? Ja, eigentlich ist das echt witzig. Geiler ist so'n Weg, wo du über eine Trupplatte kommst und dann immer mit den Lampen... Sieger, kannst du mir mal mit den Kolben... mit der Kolbentür helfen? Ja. Kolbenschmolben. Ich hab nen Kolben. Perfekt. Nichts abgelandt. Also... Ja, ich hab das lange nicht mehr gemacht. Das ist seit Ewigkeiten her. Davon muss ich ein Bild machen, Allah. Das ist ja vorne und weg da. Du nicht, du bist... Mark, kannst du das einfach mal machen? Ne Fürst. Also, wie sollen die... Jetzt mal auf ner logischen Art und Weise eines Menschen... Wie sollen die... Ach so, wir müssen sich ja auf... Ich hab... Ja, ich weiß, ich... Ich muss dir mal die Lautstärke... Erstmal DAS bauen. Von Ziege oder was? Ich hab's jetzt auch gesehen, Ziege. Von was hast du von mir? Erstmal wieder WoW spielen. Ich hab meinen Namen krass gemacht, aber ich weiß nicht warum. Das ist zu lange her schon, ne? Und... Und denn... Besonders... Warum hat der wohl keine Freundin mehr? Du hast ja EIN Weg. Du hast einen Einer Weg. Das heißt, du brauchst theoretisch nur zwei Pisten. Eins, zwei... Also, wir können ja am Montag mit ner Sortier-Folge anfangen. Extra, ja, immer noch. Du brauchst eigentlich nur... Sortier-Folge? Ja, ich mach... Ich mach das trotzdem jetzt. Eins, zwei... Weil, äh... Vier Pisten... Die können sich gehenseitig nicht wegdrucken. Das weißt du. Ja, Panda, erzähl es mir. Also... Erzähl es, Matze. Hey. Erzähl es, Matze. Sag's, Barney. Also, bau du das dann einfach. Ja, dann gib mir die Sachen. Okay, das geht nicht so. Hm. Die nächste Aufnahme ist genau... Der Geilo, der hat erzählt, ey. Haha, wie er die Panda... Die, äh... Büchse der Pandora geöffnet hat. Die Büchse der Panda-Ober. Warte, lass uns auch noch. Gib mir Redstorm-Folge hin. Dann kommst du auch wirklich in den Voice-Channel. Warte, ich hol noch einen Block. Ich hol noch einen Block. Ich hol noch einen Block. Lass Döschen rasieren. Ich brauch... Ich brauch keinen St... Ja... Ich brauch einen Redstorm-Folge. Ja, ich... Das ist eine geile Frage eigentlich. Worauf steht ihr? Mehr rasiert unten oder ohne? Was? Rasiert, Alter. Ich hab keinen Bock auf so'n Busch. Ja! So'n Busch! Ja, jetzt geht's so. Das weiß ich, wenn ich... Das weiß ich, wenn ich so weit ist. Also, ich denke mal, ein Busch muss nicht sein. Aber es muss jetzt auch nicht glatt sein. Ja, also mir ist das eigentlich relativ... Ja. Ein bisschen ist okay, würde ich sagen. Ja, genau. Wirklich, wenn es jetzt so'n Afro ist, dann sag ich mir so... Hey, ho! Oh, oh, oh! Wenn's ein Dschungel... Wenn's ein Dschungel ist. Genau, so'n Dschungel muss es einfach nicht sein. Aber... Ja, rein! Oh, 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 oh! Da... Da... Da verhangt ich... Ja, ja, ja! Ein bisschen mehr platzt. Man muss hier arbeiten. Was? So wie Sohan, leg dich nicht mit Sohan an. Die Busch! Die Busch! Die Busch! Oh, Holz! Gib mir mal Holz, bitte. Holz! Wie war Scary Movie? Hat lange keiner mehr geschnitten. Holz, ah? Kommt damit... Ach, haben die hier so'ne Auto-Crafting... Funktion drin? Hm... Wenn man das so aufklappt, dann... Guck mal, Auto-Crafting, interessant. Natürlich! Das nutzt ihr natürlich! Ja, hallo, Matze! Das ist Vanilla-Minecraft! Ja! Welch'n Film! Ist voll gut, ne? Hast du Stöcke dabei? Acht Millimeter-Panda? Oh, muss ich dich jetzt auch noch besorgen? Ja, natürlich! Ich baue was... Ja, wie viel Holz brauchst du denn? Wer muss das wenig? Ach, Leute, hast mir Holz gegeben. Ja, hab ich! Jeder mir! Okay, hab ich nicht gesehen. Kommt dabei! Brauchst du noch mehr? Oh! Würden neun Baumstämme ausreichen? Neun... Nein! Baumstämme! Ja, ja, ja! Baum... Stämme? Auf jeden Fall! Sache mool! So mool! Wegtarre, weah, Leute! Ja moin, jetzt geht's los! Kannst du mal deinen Mundi halten? Neee! Dein Hundi? Neee! Neee! Lügen darf man nicht sagen! Ist doch auch so, oder? Ständig kommen irgendwelche scheiß Pikmin durch das Tor! Oh, du kackverficktes... Jaaaaah! Jaaaaah! Da ist wieder sauer! Hm... Momm... Das kann man auch nicht bleiben! Die Dropplatte muss weiter dahinten! Das sieht doch schon mal ganz angenehm hier drin aus! Warte mal! Hallo! Das muss ja einer hingemacht! Das heißt, die Dropplatte kann auch ruhig dorthin! Oh, jetzt hab ich Panda... Ich komm nicht drauf klar, dass immer noch keiner gebaut hat! Phantome oder WTF! Oh, aber nein! Müsst ihr euch eins teilen! Das war doch Erinnerung! Ich würde da schon gerne... Das war... Das war die... Das war die Erinnerung an die schöne Zeit damals! Echt? Wo sie noch nicht heimliche Dates hatte! Damals 1945! Panda, was sagst du dazu? Battlefield 1942! Ey, das war ein tolles Spiel! Ja! In der Tat! Battlefield 2 fand ich auch noch gut! Du betrügst magst du einfach! Battlefield 2 Special Forces! Ey Leute! Was ist eigentlich mit den guten alten Werbung von damals passiert? In der Tat! Marcel Davis! Seidefacher! Was macht der eigentlich heutzutage? Seidefacher! Wo sind die... Der Doktor... Der Doktor Klenk! Der Doktor Adolf Klenk! Der ist klasse! Jetzt haben wir... Jetzt haben wir solche Typen wie... Eine Smava Werbung! Smava! Oh Gott! Ich hab seit Jahren keine Werbung mehr gemacht! Oder die ganze Zeit... Wir kaufen dein Auto! www.de 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 are Ich hab ein Repeater aus Englisch, ich hab keine Ahnung was... Ja, wie craftet man den? Ähm... So richtig so! Wie craftet man den? Können wir noch ein paar Minuten?